Musik Fuck! Fuck! Oh, ich muss, da ist wieder rechts, da ist ja auf jeden Fall deutlich ein Vorteil. Fuck ey. Ich will nur sagen, ich bin mit links zehnmal so schnell und ich muss jetzt aber über Kreuz machen, was ein Handicap, es ist einfach ein Handicap, es ist keine Ausrede, es ist einfach de facto ein Handicap. Letzter Versuch, ich wollte es nur sagen. Nein! Fuck! Mann ey, ich war so gut! Nicht schlecht. Wieder die letzten zwei ey. Ach man, waren es schon fünf? Es waren schon fünf, aber ey, dieselbe Zeit wie beim ersten Mal, wo du zwei Hürden gerissen hast. Nicht schlecht. Oh! Oh, fuck! Oh, fuck! Oh! Oh! Hm, hm! Ich kann überhaupt nicht mehr zippen! Oh! Oh! War ich das? Habe ich noch die Tatsache durchgespuckt? Ich hätte das Ding gerockt! Halt's Maul! Halt die Fresse! Läuft gut! Läuft gut! So meinst du gut! Sehr guter Run! Arschloch! Arschloch! Halt die Kaffe, Mann! Oh! Ja, ich hab keinen Bock mehr! Fuck you! Ich bin ein Arschloch! Links, rechts, links. So schnell wie möglich, natürlich. Okay. Okay. Okay, das geht schneller. Ah, fuck! Der Spacken, ey! 8 und 2. Noch nicht so viel besser. Schlechter. Ach, fuck! Das war doch gleich die Z-Linie! Shit! Das ist jetzt. 13,7. Ich bin nicht übel. Ja! Oh Mann! Ich... ... 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 Ach Mann! ... 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 Hau ab Mann! Nein! Nein, ich hab's geschafft! ... ... ... ... ... Scheiße. Oh, guck mal. Das wird's dann besser. Ich glaube, du kannst dir jetzt einen Ton dran schießen. Ich meine, die Tastatur ist danach zwar kaputt, aber... 13,6! Alter! Das ist sogar besser als meins, ey! Ja! Das ist vorne halt. Okay, jetzt fuhren wir ab. Du kannst einfach los machen. Ja. Oh! 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 Ja! Leider nicht so schnell gelaufen. Nee, ne? Scheiße! Bleib mal! Oh, das ist ja voll langsam. Das ist ja voll langsam! Oh! Oh! Dann konzentriert man sich beim schneller drücken. Ah! Schon nicht schlecht. Hä? Wie hieß deine Fassung? 13 Sekunden 3. Also 13,3 Sekunden. Oh! Oh! Neuer Rekord! Yay! Ich sag doch, um schnell rückgängerstes kann ich. Einmal hab ich aber noch, ne? Ich kann jetzt meinen eigenen Rekord noch brechen. Kannst du machen, ja. Schaff ich nicht. Aber ich hab ja schon mal... Wie viele haben denn schon? Ähm... Du bist die sechste. Okay, also da kommt noch nicht mehr so viele, wa? Nö. Das andere war schneller. Ja! Naja! Aber immerhin! Ja! Neuer Rekord! Yay! Ja! 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 Okay, ich bin sehr gespannt. Alter! So gut angefangen! Wer hat denn Rekord? Baby! So! Damit hab ich wohl den Rekord! Uh! Ah! Fuck! Der wär sehr gut gewesen. Der war... 11-4! Ja! Boah! Das hab ich schon immer gehasst. Aber ey, ich muss ja nicht erster werden. Tritter oder so reicht mich schon. Ja, das sagst du jetzt. So! Let's go! Vollgas! Vollgas! Schlecht! Ja! Was ist hier los? Hä? Pass auf! Einen Durchgang hab ich denn noch! Und dann krieg ich euch! Hm? Ist schlecht. Und ich hab eine Hülle eben mitgenommen. Pass auf! Oho! Nein! Oh! Oh! Oh, ganz klar. Ey, der wär's gewesen. Ja. Ja. Was muss ich unterbieten? Um... Was, um gut zu sein? Damit ich nicht der letzte bin. Dann wär wahrscheinlich so ne Zeit um die 18 wär gut. Okay. Gut. Ach Gott, es wird wieder ein... Ach Gott, es wird wieder ein... Ach Gott, es wird wieder ein... Okay. Ich weiß nicht. Okay. Ah! 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 Wut der fu**! Wuh! 12x6. Nicht schlecht, nicht schlecht! Okay, naja, obwohl ich hier unter extremem Druck stehe, weil ich morgen einen TV-Beitrag schneiden muss, das darfst du jetzt nicht hinfilmen und sieht man ja schon, was da zu sehen ist. Weil nur jeder hat den Menschen jetzt erkannt auf den Bildschirmen. Was ich sagen wollte, unabhängig davon habe ich wenig überraschend die beste Zeit abgeliefert, obwohl ich im letzten Run noch gestolpert bin und trotzdem hätte ich die beste Zeit gehabt. Oder korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Aber in meinem perfekten Run hatte ich dann die beste Zeit. Und naja, gern beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank für die Einladung zum TV.